Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zu einem Pingslip-Spiel um Zumba Neymar. Ja, meine lieben Freunde, wir wurden mal wieder herausgefordert von einem unserer Abonnenten namens Ahmed oder Ahmed Schachbrett. Ja, auf jeden Fall hat er uns angeboten, um Zumba Neymar zu spielen und da sagen wir natürlich nicht, nein, wir werden heute gegen ihn spielen mit unserem brasilianischen Skillerteam, wie auch sonst immer. Wir haben ja bisher zwei Pingslip-Spiele gehabt, einmal um diese zwei blauen Spieler hier, Diago Silva und Dani Alves. Die haben ja beide gewonnen, ich hoffe, wir werden heute auch nochmal gewinnen, das dritte Spiel. Wir haben zwar schon Neymar in unserem Team, aber wir könnten den dann bei der Pingslip-RT gehen um den zu spielen oder wir könnten den verkaufen und für Ronaldo sparen. Wir müssen auch mal gucken, wie wir das machen werden. Auf jeden Fall hat der Ahmed leider keinen YouTube-Kanal, aber ich grüße ihn mal an dieser Stelle, wird das Video bestimmt sicher anschauen. Und dann würde ich sagen, spielen wir auch jetzt gleich direkt um Zumba Neymar, Freunde. Bis gleich, meine Lieben. Auf Rille, auf Rille. Hu, 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 hu. Okay, los geht's. Ja, meine Lieben, Freunde, und da ist er auch schon direkt. Übrigens, bei uns ist gerade richtig geiles Wetter und ich sehe gerade, er hat ein richtig geiles Team, Alter. Ach du Scheiße, das wird jetzt richtig schwer, meine Lieben, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel um Zumba Neymar. Ja, hoffentlich ist der Gegner gut und wir werden nicht jetzt hier mit 3-0 oder so gewinnen, aber ich denke, der wird auf jeden Fall gut sein, Alter. Ich denke nicht, dass wir auf keinen Wasser irgendwie verlieren, dass wir gewinnen werden oder so. Es ist schwer, es wird einfach schwer, Freunde. Es wird einfach schwer werden, weil guck doch, was ist das denn, Mann? Junge, der hat ja Ronaldo. Ach du Scheiße. Die Maria hat da auch noch Karim Benzema. Iniesta. Boah, krankes Team, Alter. Und wir sehen mal in der Innenverteidigung. Sergio Ramos! Ja, dann geht es auch direkt los, meine Lieben, Freunde. Ab geht die Post hier. Oh, fuck, Ronaldo, Alter. Der ist ein Flitzer. Versucht er hier einen Rainbow-Flick, hat er verkackt immer. Nee, 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 nicht mit uns, Skills. Jetzt haben wir hier unseren Zumba Neymar, Megidi Spin, geht weiter mit dem Scoop. Wenn der Gegner kommt, übersteiger, übersteiger. Hauptsache Pink Slips und wir sind am skillen hier, Alter. Egal, Freunde. Wir haben ja immer den Ball. Scheiße, haben wir ihn verloren. Mann, Mann, Mann. Egal, wenn uns den Ball direkt zurückgeht. Thiago Silva, unser Team auf dir hier. Rauf da, Junge. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Oben läuft Iniesta mit seiner Halbglatze. Scheiße, Mann. Er hat doch keine Haare mehr auf den Kopf. Uh, weg damit. Oh, Junge, Junge, Junge. War das knapp, Alter. Hör mal. Was ist denn los mit dem Schiri, Alter? Gib da einfach Freistoße, wo ich gar nichts gemacht habe, Alter. Sag mal. Was ist denn los mit dem? Auf jeden Fall. Oh, Piqué hier, Kopfball. So, Freunde. Jetzt zeige ich euch mal direkt mit Ansagen einen schönen Angriff hier. Komm, jetzt schöne Ballstafetten hier. Zack. das Spiel beruhigt aufbauen. Einfach den Schwurm spielen auf Bernard Jobsen. Zack. Schöner Doppelpass hier. Jobsen läuft in den unten. Schickt er hier. Guck mal. Jetzt diese Kombinationi, Kombinationi, Kombinationi. Golasso. Bernard mit Ansage. Goal, Goal, Goal. Dann macht er das Fertig. Ja, Mann, Gollasso, der Berner Schau, dass wir diese wunderschöne Ballstafette an Und Berner nimmt sich das Ding nicht, hämmert das unten links rein Gollasso Oh, nein, der steht nicht im Abseits Der steht nicht im Abseits, Junge, Junge Boah, Marcelo noch mit seinen Haaren dazwischen Da haben wir richtig Glück gehabt gerade, meine Fresse Nein, das gibt's doch nicht Piqué mit seinen langen Spinnenbeinen, Alter Diese scheiß Spinne, ey, das gibt's doch nicht Wie Spider-Man springt der da hoch Das kann doch nicht wahr sein, 1-1, ey So, jetzt haben wir hier Jobs nah am Ball Zieht den Ball zurück, unten steht hier wieder Bernhard Zack, wir sind hier voll in Fahrt wie der Rapper hier Komm her, Kelvin, Rabo Nafek Erstmal ein schöner Chessflick, Alter Pinkslips, egal, einfach Chessflick muss sein Scheiße, was mach ich hier, wir wollen nur das Spiel gewinnen Und nicht skillen hier, komm Jetzt, Zack, Ronaldinho, paar schöne Kombinationis hier Immer schon mal Kombinationi hier, Alter Richtig Italiener, Amore mio Locatoni, Peperoni Scheiße, Peperoni, weg damit, Mann Scheiße, Mann, ey Junge, das Wetter macht mich so crazy, Alter Ich finde, das Wetter ist todesgeil Die Sonne scheint 21 Grad am Start Immer der Kedira, Alter, mit seiner Kamelfresse Was ist denn los mit dem, ey? Hatte so ein Topmodel Lena Gerke, Alter Und sieht aus wie eine Kamelfresse Ja, meine lieben Freunde Erste Halbzeit vorbei Statistik sieht auf jeden Fall sehr ausgeglichen aus Ja, boah, Junge, Junge Jetzt müssen wir in der zweiten Halbzeit noch mal Gas geben Wir wollen das Spiel gewinnen Wir wollen den Summen immer für unser Team gewinnen, Mann Auf geht's in die zweite Halbzeit, Mann Boom, Junge Nein, nein Weg damit Weg, 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 weg Nein, das gibt's doch nicht Iniesta mit seiner Halbglatze Das kann doch nicht wahr sein Der hat doch keine Haare mehr auf dem Kopf, ey Scheiße 2-1 für den Gegner, Freunde Wir müssen jetzt richtig anal penetrieren, Alter Was anderes bleibt uns nicht übrig Lauf, Jobs in Lauf, Junge Lauf, Lauf Kein Abseits Kein Abseits Kein Abseits Kein Abseits Kein Abseits Mann Was ist ein Schüsschen Nein, nein, nein Oh, Junge Ich hasse immer diese Pflanzen Das kann man nie kontrollieren Ob man diese Kopfbälle gewinnt oder verliert Komm, müssen wir in Konter Komm, Junge, Junge Das wird richtig knapp, Freunde Das wird doch mal richtig knapp hier Boah, ja, ja, ja Komm, das sieht gut aus Das sieht gut aus Das sieht gut aus Was ein Pass hier Schieß 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 Ja Golasso 2-2 Zumba-Nehmer War es höchstpersönlich hier Geben wir den Schiri nochmal mit hier Bam Geil, O-Matico 2-2 Zumba-Nehmer Aber was ein geiler Außenriff Pass hier von Willian Rüber auf Calvin Oder Jobson, Alter Boah, jetzt hier Nehmer Bam Und dann ist das 2-2, Freunde Was eine Erleichterung Guck mal Guck mal, der Schiri Ole O-Le Richtig Schiri getunelt, Alter Ole Schön gemacht, Alter Scheiße, ey Fuck, Alter Hat uns hier echt vernascht Mit dem Berberspin Fuck, ey Scheiße Hat er wunderschön gemacht Das können wir uns nochmal anschauen Jetzt, zack, reingegangen Ja, kacke, Alter Da konnten wir nichts machen Fuck, Freunde Scheiße Ja, schön hier attackiert von Willian Zack, mit der Hacke Komm, komm Jetzt, jetzt, jetzt Ganz ruhig hier Ganz ruhig, Freunde So, Mann, ey, mal Mit dem Job geht er vorbei Schuss findet er Oben steht hier Und schieß Schieß Ja, nein Schieß Nein Das kann doch nicht wahr sein, Mann Das gibt's doch nicht Ey, ich hab den grad schon drin gesehen Egal, Freunde Nochmal hier Sumba, Neymar Komm, komm Zack Was ne Spannung hier gerade ist Scheiße Lauf Was ne Kombinationi Kombinationi Golasso 3 zu 3 Das gibt's doch nicht Alter Da fällt wieder glatten Hammer vom Rücken Ey, Junge Was ist denn hier los Junge, Junge Alter Ich glaub, ich werd impotent Nein, nein Bitte nicht, Alter Ey Freunde, das kann nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Ich glaub das jetzt grad nicht, ne Ich glaub das grad nicht 87. Minute 4-3 für den Gegner, Alter Fuck, ey Scheiße Schön, Remi Sehr schön Sehr schön Komm, Remi Remi Ecke, Ecke, Ecke Freunde Ecke 90. Minute Ecke, Ecke, Ecke Alles nach vorne, Mann Alles nach vorne Scheiß drauf Alles, was das kostet Komm Irgendeinen Rechtsfuß brauchen wir Brauchen wir am besten hier Wen nehmen wir denn Wir nehmen Neymar Der ist klein Komm, Junge Bring eine schöne Ecke Bitte, Alter Komm Letzte Ecke Letzte Hoffnung Letzte Ecke Letzte Hoffnung Wohin kommt die denn, Mann Oh, ja 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 Was ist das denn hier los, Alter Das gibt's doch nicht, ey Alter Schwede Da brat mir doch einer an Hund in der Pfanne, ey Ey, Freunde Ich glaub das gerade nicht, ne Ey Ich glaub das gerade nicht Was ist das für ein Pink Slip Spiel, ey So was hab ich ja noch nie erlebt, ey Junge 4-4 So ein spannendes Spiel hatten wir noch nie gehabt, Alter Noch nie hatten wir so ein Spiel gehabt, ey Das ist doch einfach unfassbar, ey Das ist doch einfach unfassbar Wir wechseln jetzt nochmal hier Megidi ein für Komm, wer ist denn am Arsch Wer ist denn am Arsch Du bist am Arsch Megidi, rein, Junge Jetzt geht's weiter in die Verlängerung, Alter Was ein Spiel, ey Wallace, komm Ja, 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 ja Oben, 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 oben Unten, 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 unten Schieß Ja Nein, ey Nein, 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 Mann Das gibt's doch nicht, ey Ey, 5-4 Ronaldo, Mann Kacke 101. Minute Boah Komm, zweite Halbzeit geht los, Alter Zweite Halbzeit der Verlängerung geht los, ey Freunde Alter Ich muss mich ganz so konzentrieren, ne Ja, komm Ich setz dich durch Komm, komm, komm Ja, ja, ja Ja, ganz oben, ganz oben Ja, ja, ja Komm, jetzt bitte Schöne Flanke Megidi, Megidi Schöne Flanke Kopfball, nein Lauf, lauf, Remy Remy, lauf, Remy Remy Uben, Uben Schieß, Neymar Zumba, Neymar Goloso 5-5, Alter Was ist das für ein Spiel, Mann Freunde Wenn ihr das sehen werdet, Alter Ich will nicht wissen, was durch euch durchgeht, Alter Alter Alter, was ist denn hier los, ey Guck mal 5-5, ey Ey, das ist doch nicht mehr normal, Freunde, ey Das ist doch einfach nur krank, ey Komm, ja Ja, jetzt, 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 jetzt Megidi, 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 Megidi Nein, ey Das gibt's doch nicht Guck mal, 119, das wäre die Entscheidung gewesen Scheiße Der hat abgefifft, denn es gibt's Elfmeterschießen Nein Alter, 5-5, Freunde Gebt euch das mal 5-5, ey Ach du Scheiße, Mann Ey, ich will gar nicht fließen Ey, ich hab keinen Bock auf Elfmeterschießen, Mann Ich hasse das Nein, bitte, geh rein, geh rein Ja Der erste Sitz Schau mal, das ist gut, Freunde Das ist sehr gut, Alter Das ist sehr gut Komm jetzt Chicharito Chicharito Komm, komm, wohin schießt er Ich glaub, der wird in die Mitte schießen, Alter Ich glaub, der wird in die Mitte schießen, ey Ich hab's im Gefühl Der wird in die Mitte schießen Der schießt in die Mitte Ja, ey Was machst du da, Keeper? Ey, wollen die mich verarschen, Alter Das kann doch nicht wahr sein, ey Das kann doch grad nicht wahr sein, Mann Ich hab einen In-Form-Keeper Und der kriegt den Ball grad nicht Aber jetzt Ja, boah War der knapp unter die Latte Meine Fresse, ey Freunde, Alter Ihr wisst gar nicht, was durch mich durchgeht, ne Ey, euch bestimmt grad auch beim Zugucken Das muss einfach Spannung pur sein Spannung pur Ja, den haben wir Den haben wir Den haben wir Komm Komm, komm Junge, ich bin ein Elber-Killer, Alter Ich bin ein Killer Killer, Junge Wie Farid Banks Album Killer Killer, Killer, Killer Nein Killer, Killer Ich bin ein Lusche Scheiße, ey Ey, hab ich mich schon zu früh gefreut, Mann Kacke Komm, den müssen wir jetzt halten, Alter Komm, Aubameyang Aubameyang Den halten, den halten, den halten Oh, Scheiße Hat er den gut platziert unten links, ey Fuck, Mann Meine Eier sind schon am schwitzen Oh, Scheiße, Mann Der hab ich nicht gut getroffen Den habe ich Oh, boah Junge, Alter Freunde Freunde, Freunde, Freunde Um Jottes Willen, hör mal Und jetzt geht Cristiano Ronaldo Zum Elfmeter-Bund Komm, ja Ah, wieder in die Mitte, Alter Der Gegner ist gut im Elber-Schießen Das muss man ihm lassen, Alter Der durchschaut mich richtig, ey Ey, ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir das verlieren werden Aber ich werd nicht aufgeben, Freunde Ich darf einfach nicht aufgeben Nein 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 Fuck, jetzt müssen wir halten Und das haben wir verloren, Alter Scheiße Wenn wir den jetzt nicht halten, haben wir verloren, Alter Scheiße Komm, komm Ja, komm Ja, ja Den haben wir Den haben wir Oh, fuck Es gibt euch Oh, scheiße Wenn ich denn jetzt reinmache und halte, haben wir gewonnen Ich muss jetzt nur noch halten Äh, reinmachen, komm Reinmachen und halten Reinmachen und halten Reinmachen Ja Komm Jetzt müssen wir halten, dann haben wir gewonnen, Alter Jetzt müssen wir halten, dann haben wir gewonnen Komm Komm Jetzt müssen wir halten, dann haben wir gewonnen Komm Komm Ja, ja Wir müssen halten, dann haben wir gewonnen Ja, komm Nein Alter, Mann, Junge Jetzt wird das richtig spannend, Alter Ey, ich hab kein Ich weiß nicht mal, wann ich drücken muss Alter, guck mal, wie scheiße ich drücke Wie scheiße ich drücke Guck, ja, guck Das ist die Nervosität, Freunde Ich schaff das einfach nicht Das bewegt sich so schnell da unten Das ist einfach zu schwer Kacke, wir haben verloren, Alter Scheiß, außer wir halten den jetzt Wir müssen ihn halten Ja, wir haben ihn gehalten, Alter Boah Haben wir nochmal meinen Fehler gut gemacht Ey, Junge, Alter Alter Schwede, ey Fuck, ey, Freunde Ich schaff das nicht Ey, Junge, ich hab's grad geschafft Komm, jetzt, jetzt Schieß rein, schieß rein Ja Komm, jetzt halten Dann haben wir gewonnen Jetzt halten Dann haben wir gewonnen Boah, Junge, Mann Sergio Ramos Der schießt den Ball Ramos hoch Bitte, Ramos Schießt den Ball über das Tor Ja Gewonnen 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 Nach dem Elberschießen Ja, Mann Geht doch, Alter Da kann der Controller wieder hinter die Couch fliegen Warm, Junge Geht doch, Freunde Geht doch Was ein Spiel, Alter Junge Sauber, Mann Guckt euch das an Alter Schwede, ey Das gibt's doch nicht, ey Freunde Ich bin voll unter Schock Wir haben echt grad gewonnen Pink Slips um Zumba Ne, war, Alter Alter Schwede War das ein krankes Game Schau mal den Controller wieder Alter Schwede, ey Alter Schwede, ey Guckt euch das an Guckt euch die Statistik an Total ausgeglichen Alles Meine Güte, ey Ja, Mann Lieben, Freunde Das war's dann auch Vom Pink Slips Spiel Vom allerspannendsten Pink Slips Spiel Was es jemals gegeben hat Auf unserem Kanal Würde ich jetzt mal einfach so behaupten Kein Spiel war spannender Als das, was ich bisher In meiner FIFA Karriere erlebt hab Sowas hab ich noch nie erlebt, Alter 5-5 und dann 5-4 nach dem Elberschießen Ey, wo gibt's denn sowas, ey Freunde Das war einfach nur ein krankes Spiel Wenn das Spiel euch auch so unnormal gefallen hat Würde ich mich selber 2500 Likes freuen Für dieses geile Spiel, Freunde Sowas werdet ihr nicht alle Tage wiedersehen, Alter Das ist einfach ein einmaliges Erlebnis gerade gewesen, ey Ja, Mann, Freunde Dann würde ich sagen War's das auch von dieser Folge Ich werde euch am Ende nochmal zeigen Wie wir das Tauschangebot annehmen Das war's dann auch, ey, Freunde Ich bin einfach nur am Arsch, ey Macht's gut Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen Schafft man die 2500 Likes Macht's gut, meine Lieben Und ciao Ich keine Kontrolle Ich werde mich überraschern Und ich werde mich überraschern 3 6